Jau liebe Leute was geht ab? Herzlich Willkommen bei meinem Video bei Forza Motorsport 7. Wir haben einen fetten Lamborghini hier, der sieht richtig geil aus. Jetzt gehen wir mal zur Meisterschaft. Zu der hier. Weil wir wollen das abschließen. Wir nehmen doch gleich den hier. Und ich den, ja ich muss den umrichten. Das ist doch Bullshit Alter. Jetzt muss ich gucken wie schnell der fährt überhaupt. Nein. 400 noch was. Alter. Aber egal sonst sieht wie geil aus. Mashallah. Lamborghini. Jetzt müssen wir her gehen. Oder ein bisschen weiter weg. So das wäre so. Schlecht noch die paar regentieren. Und ja. Was ist denn los drüben? Eigentlich. Es zieht auch los. In der Straße? Ja. 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 Okay. Es zieht los. Aber keine Lamborghini. Das war's für heute. Schöne Autos. Oh, fuck. Bullshit. Wisst, die Strecke hasse ich hier. Alter, hier hinten, die hängen mich schön tief am Arsch. Tief wie in der Fotze hängen die mir. Zwei Auspuffenrohr. Ich spuck euch an mit Feuer. Pisst euch. Innen drin. Wo steht das hier, wie lange ich es aufnehme? Bestimmt in der Mitte. Jo. Mach's ich mal so. Ja, schönes Auto. Paar Lichter sind kaputt, das ist egal. Ja, ist Vollspeed. Jetzt muss ich gucken, genau auf meinen Taro. 200, 30, 40, 50, 60, 80, 290. Platz da dem Nigger. Kamako. Ja, schönes Auto. So, und der Lackierung will ich mal auftragen. Ander Spiegel ist ab, gar nicht. Das Auto gefällt mir gerade nicht so. Warte, Foto-Modus. Da seht ihr euch das Auto an. Das ist so geil. Ermogini. Ah, leck mich doch. Das ist so geil. Freifeln. Fuck, ich musste gucken. Die letzten Minuten auch was. Halt oben. Foto. Halt oben. Foto. Foto. Halt oben. Halt oben. Halt oben. E.B.A. gewonnen! Geil Mann! Gewonnen! Da trink ich was. Ich will. Ich muss... 4, 5 voll rein machen. Boah, fuck, das ist immer so anstrengend. 5 rein zu machen. Wie viel Geld ich bekomme? Ich hab's voll wenig auszugegeben. 302. 3200. Ne, 300... 3.000... Ne, 300... 3.002? Okay. 3.000. Auto wechseln. Ich bin in Nissan. Ich will in Nissan. Ich bin in Nissan. Da muss ich umrüsten. Da muss man umrüsten. Oder ein Ferrari. Ferrari ist noch nicht umrüstet. Oder der hier? Ich muss mich auch noch auftüren. Ja, ich bin. Ich bin. 2015. Ferrari. Er ist... zwei Jahre alt. Ja. Er hat zwei Jahre alt ist er. Ich bin in Nissan. Okay. Die Chance. Okay. Danke! Ey! Eidiot! Zehn Minuten noch was! Ok Leute, ich sag schon mal Schüss hier! Bis gleich!